Hallo und herzlich willkommen YouTube. Ich bin Sobertin und heute gibt es die neue PSL-Folge gegen Jackie D. Und die Bandlist hat mich ganz schön hops genommen. Es reicht! Aber wisst ihr, was mich noch hops genommen hat? Jackie's Deck. Denn ich konnte legit nichts machen, denn es kam das hier. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Natürlich! Ah ja. Ah ja. Uh, ja. Das hatten wir schon mal. Das geht by the way genauso aus wie das andere auch, ne also. Und wisst ihr, was ich mit meinem Deck nicht spiele? Backroll Removal! Ja, das war's mit der PSL-Runde gegen Jackie D. Wir haben unglaublich heftig verloren Weil wir kein Back-Removal spielen Und haben und keine Ahnung was Dann sehen wir uns im nächsten Match In der PSL Bis zum nächsten Mal da rein Ciao Leute